Meine Damen und Herren, wir melden uns heute nochmal mit einer Kurzmeldung zum Thema FFP2-Masken. Seit vielen Wochen versprochen. Nun hören wir, erst Mitte Februar beginnt man mit diesen Barcodes und mit der Auslieferung von FFP2-Masken an diejenigen, die älteren Datums bereits sind. Bayern hat jetzt endlich auch die FFP2-Pflicht vorgeschrieben in öffentlichen Verkehrsmitteln. Im Einzelhandel in Nordrhein-Westfalen warten wir noch drauf auf eine solche Meldung. Wir in Höhlloff sind ein Stück weiter. Am 19.12. haben wir FFP2-Masken verteilt an all diejenigen, die über 50 Jahre sind. Wie ich finde, eine sehr erfolgsversprechende Aktion. Da wollen wir weiter drauf aufbauen. Herr Dr. Schneider, vielleicht nochmal kurze Worte von Ihnen zur Wirksamkeit von FFP2-Masken. Ja, wir stehen im Wort. Wir haben das am 19.12. gesagt. Wir haben gesagt, wir versorgen erstmal für ungefähr vier Wochen. Die FFP2-Maskenverteilung läuft an über die Bundesregierung. Es kommt zu Verzögerungen. Das können wir nicht absehen. Das ist auch nicht unser Problem. Wir werden vier Wochen weiter überbrücken müssen mit der FFP2-Maske. Anders als mit der Alltagsmaske schütze ich nicht nur andere, sondern schütze auch mich selber. Kann also Infektionen bei der hohen Durchseuchungszahl bei mir selber verhindern. Das scheint gut zu klappen. Es findet viele Nachahmer. Wir müssen jetzt vier Wochen nochmal überbrücken. Wir wollen es genauso wie beim letzten Mal machen. Wir haben viele Anfragen an unsere Notarztwache bekommen, viele Spendengelder. Wir können nochmal die gleiche Menge 12.000 bis 14.000 Masken verteilen. Wir sind in der vierten Woche. Wir müssen dieses zum Wochenende tun. Ein sehr guter Ansatz. Gerade auch durch das mutierte Virus ist es noch viel wichtiger, dass wir uns schützen mit diesen FFP2-Masken. Und deswegen sind Sie herzlich eingeladen, sich diese Masken abzuholen am kommenden Samstag von 10 bis 12.30 Uhr. Und zwar beginnen wir bei Ihnen, Herr Dr. Schneider. Ja, wir haben einen Standort an der Notarztwache in Höfloff, Paderborner Straße 35, ehemals der Nettomarkt. Dann haben wir einen Standort in Höfloff am Jagdschloss, wie beim letzten Mal in Espeln an der Bürgerzentrum, richtig. Und an der Dorfschule in Riege und wie beim letzten Mal auch am Schützen- und Bürgerhaus hier in Höfloff im Dreif-In-Verfahren. Viele ehrenamtliche Helfer werden dabei sein, um Ihnen diese Masken auszuhändigen. Bringen Sie vielleicht Ihren Personalausweis mit. Bringen Sie vielleicht auch eine Bescheinigung mit, wenn Sie für den Nachbarn etwas mitbringen. Wir sind dort sehr, sehr unbürokratisch und wir freuen uns vielleicht auch auf den ein oder anderen Gesprächstermin, den wir dort mit Ihnen absolvieren können. Vielleicht können wir auch das eine oder andere nochmal plaudern über die Zukunft der Impfung. Da mit diesem Thema werden wir nochmal auf Sie zukommen in ein bis zwei Wochen, um Sie da auch nochmal auf den laufenden Stand zu bringen. Denn gerade die über 80-Jährigen sind ja die Nächsten, die jetzt dran sind, die wir impfen wollen. Und da werden Sie uns, Herr Dr. Schneider, auch sicherlich nochmal mit Rat und Tat zur Seite stehen. Ja, da brauchen wir noch ein wenig Zeit. Herr Spahn hat das gesagt. Mit den Impfungen ist das wie mit einem Zug. Der Zug ist langsam angefahren. Er muss noch an Geschwindigkeit aufnehmen. Wir sehen das durch die Zulassung des Moderna-Impfstoffes. Es werden auch in Kürze Zulassungen für Vektor-Impfstoffe erwartet. Wir brauchen ungefähr acht bis zehn Tage. Dann sehen wir klarer und werden dann auf jeden Fall gerne informieren. Bis zum kommenden Samstag.